Was ich gesehen habe, ist ja nicht mehr so, dass du die Waffen jetzt über Level freispielst, sondern halt über Dailies. Auch eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, bloß manchmal ist es schon lustig. Ich sollte gestern eine Daily, da sollte ich zwei Gegner mit Blendgranaten blenden sozusagen. Dann wollte ich die Blendgranaten ausrüsten, hatte ich noch nicht, die muss ich erst freischalten über Dailies. Oh, es gibt es doch gar nicht. Ich habe einen umgebracht mit einer Granate, das fasse ich ja einfach mal gar nicht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was war mit ihm, Junge? Er ist ja regelrecht in die Luft geflogen. Ich renne doch schon wie so ein Vollidiot. Ey, er schießt nach oben und ich fall unten tot um. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag am MW3-Suchten bin. Irgendwann sind auch meine Nerven aufgezehrt. Mit 52 ist es auch nicht mehr so ein Zuckerschlecken. Oh, hat ja auch Glück, Alter. Aber ich kann halt Freund und Feinsteps irgendwie nicht auseinanderhalten. Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Ich weiß ja überhaupt nicht, wo es lang geht, Alter. Was müssen wir denn überhaupt machen? Abschuss bestätigt, okay. Ich kann bestätigen, dass ich abgeschossen wurde. Ich habe keine Ahnung von der Map, Alter. Ich habe keine Ahnung von der Map, Alter. Du siehst, Tarkov hat sich etwas verändert. Die haben ein bisschen, gab mir noch ein Update. Komplett alles neu, komplett gemacht. Ich habe gesagt, das gibt es doch nicht. Warum? Ich komme hier auf keinen grünen Nennergrad mit der Scheiße hier. Das nervt mich. Verstehe ich nicht. Was hast du denn wieder falsch gemacht? Warum muss man sich denn da überall immer anmelden? Ich raffe es nicht, Digga. Ich will doch einfach nur zocken. Was wollen denn die von mir? Ich renne ja auch rum, Junge, wie falsch steht, Alter. Ich weiß nicht, was die Haulung ist. Ich hoffe nicht. Wechsel das Magazin. Ey, ist klar, Junge. Ich schieße ihm ja bloß die Fresse weg schon seit einer Stunde. Stirbt einfach nicht. Sie hocken hier an diesen Drecksbuden drin rum. Der war ja drin. Aber vielleicht war er gestunnt. Mal zur Abwechslung. Nicht nur ich. Hier rennt ein Baum. Nein! Nein! Nicht den Matze! Der wäre erledigt. Bin ich denn jetzt hier gelandet, sagen wir mal? Den bufft gerne ich auch nicht. Stehe unter direktem Beschuss. Hoch, hoch, schnell, schnell. Ziel ausgeschaltet. Ich habe mich doch richtig anguckt. Was? Lade nach. Alter. Wieso feindlicher Soldat? Und wieso so viel? Was machen die hier? Karachi kenne ich. Karachi kommt mir schon zum Ohr raus. Das ist kein Tarko. Mist, er hat es gemerkt. Wie geht es dir? Ach, da liegt das dumme Schwein. Ich habe es gar nicht gesehen, Alter. Ich habe es gar nicht gesehen. Was für Ratten, Alter. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aushalten kann. Ich weiß nicht. Das hat sie aber schön gesagt. Ja, nicht so gemeckert. So bin ich so verbündet. Weiß nicht, wie viel ich noch aushalten kann. Das war... Das war ja richtig nett, Mann. Die anderen... Ey, Alter! Schießen die auf mich. Du Arschloch. Ach so, hier kommt der schon wieder. Da liegt das Arschloch noch. Das war ja gesagt, er stand dieses Mal. Irgendwie... Fetzt das, so wie sie es immer sagt. Gar nicht... Gar nicht angepisst, weißt du? So. Die ist völlig relaxed. Du Arschloch! Ey, er war wieder weg, Alter. Ist das die Möglichkeit? Du schießt auf ihn... Er ist weg. Was war ich da im Himmel? Ohne einen Fuß vor den anderen zu setzen, meine ich. Er ist einfach weg. Ach, was ab! Lade nach! Trottel. Mach auf! Trottel! Alter, wo sie rumliegen... Auf die... Das Ding hab ich noch nie... Noch nie gesehen in diesem Spiel. Hier war ich noch nie. Die können sich eigentlich ein Yoga-Spiel holen. Da können sie irgendwo in der Ecke liegen... Und warten, bis der Heilige Geist vorbeikommt. So, ich geh einen rauchen. Bis gleich. Wir sind getroffen! Das ist doch... Genau, das ist das Scheißding. Du, 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 du! Kein Schuss! Und damit ein Kopfschuss, Alter. Hey, mit dieser DMR, Alter. Ich krieg doch dann mit diesem Scheißding keinen Kopfschuss hin, Alter. Lade nach! Bitte lass es ein Kopfschuss gewesen sein. Drei Kills mit dieser Scheiß-DMR hätten auch gereicht. Du meintest in Führung... Hä? Was habt ihr mit Schuss? Da müssen doch keine... Da müssen doch keine Headshots... Du hast die Führung verloren. Da hab ich noch keinen Headshot gekriegt. Kein Aktivität! Hey, was war das denn? Bitte lass mal drei Leute hier blöd in der Gegend rumstehen, denen ich bezielt einen Headshot verpassen kann. Oh, da saß... Da saß er auf dem Turm gehoben. Das ist dumme Schwein. Das sind doch Scheißer, dumme Schweine! Tödliche Brezi! War das ein Headshot? Alter, das ist... Diese Waffe... Ey, die Waffe... Diese Waffe... Trinkt mich um! Ne, warte mal. So. Einen Kopfschuss haben wir schon. Hahaha. Ich freu mich, dieser Schneekönig, Alter. Wo ein beschissenen Kill, der ein Kopfschuss war. Ey, diese Waffe, Alter. Die... Es ist... Wer die erfunden hat, der gehört... Irgendwie... Mit der Waffe totgeschlagen. Den müsste man die Waffe in den Arsch stecken. Bis es... Ihn zum Mauri wieder rauskommt. Low life! Wechselt das Magazin! War das ein Headdy? Ne, Scheiße! Warum? Warum auch nicht? Ich will da nicht. Ich kann das nicht mehr. Tödliche Brezi! Tödliche Brezi! Granate raus! Granate geworfen! Wer soll die Granate? Warte, lass sehen. Was? Ach doch, da oben. Es ist nach oben gerutscht. Ich hab in die Mitte geguckt. Komm, noch ein beschissen Headshot. Gib ihm! Gib ihm! Ja! Ja! Es kann nicht die Waffe wechseln. Nicht, dass ich dauerlich besser werde. So, ach, Granatenkills muss ich noch machen. Das ist doch so. Matze und Granat. Hä? Was ist das denn jetzt? Alter! Was? Wo kam das denn her? Mitten in der Ballerei! Das ist doch nicht die Waffe, die ich wollte, Alter, du Arsch! Du tümmeliches! Bist du dumm, Alter! Boah! Bist du dumm, Alter, 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 du dumm Vielen Dank.